Willkommen auf unserem Kanal. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um ihn zu unterstützen. Bayerns Aufsichtsrat stimmt zu. Der Company-Deal ist heute. Die Ernennung von Vincent Company zum neuen Trainer des FC Bayern hat die letzte Phase erreicht. Der Aufsichtsrat der Münchner hat der Ernennung zugestimmt. Das bedeutet, dass der Deal bereits am Donnerstag abgeschlossen werden könnte. Die Personalie Vincent Company hat eine wichtige Hürde genommen. Nach Informationen von Sky stimmte der Aufsichtsrat der Münchner um den mächtigen Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß am Mittwoch einer Verpflichtung des Trainers zu. Laut des Berichts brennt Company auf den Job beim deutschen Rekordmeister und überzeugte die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl in den gemeinsamen Gesprächen. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano ist man im Bayern-Vorstand der Meinung, dass Vincent Company das Potenzial hat, ein Top-Trainer zu werden und vertraut deshalb auf seine Visionen und Ideen. Der Coach habe bereits in den ersten Gesprächen am Montag einen positiven Eindruck hinterlassen. Jetzt muss nur noch die Höhe der Ablösesumme mit Companies aktuellem Club FC Burnley geklärt werden. Der 38 Jahre alte Belgier hat noch einen Vertrag bis 2028 beim Premier League-Absteiger. Laut Bild soll Burnley aufgrund der Länge seines Vertrages eine hohe Ablösesumme für Company verlangen. Die Bayern waren bereit, Crystal Palace 18 Millionen Euro für ihren aktuellen Kandidaten Oliver Glasner zu zahlen. Laut Bild haben die Verantwortlichen in Burnley dies auch erwogen. Dem Bericht zufolge wird der Verein seinem Agenten aber keine Steine in den Weg legen. Es wird daher erwartet, dass sich beide Vereine einigen werden. Verwirrung um Tuchel, kehrt er zurück zu Chelsea? Der FC Bayern ist längst nicht der einzige namenhafte europäische Verein, der mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen wird. Seit Dienstagabend befindet sich auch der FC Chelsea auf Trainersuche. Nach dem Aus von Mauricio Pochettino gibt es reichlich Raum für Spekulationen, bei denen auch der Name Thomas Tuchel eine Rolle spielt. Die Trennung zwischen Thomas Tuchel und dem FC Bayern ist seit vergangener Woche beschlossene Sache. Es ist jedoch zu erwarten, dass wir Tuchel trotz allem in der kommenden Saison als Trainer an der Seitenlinie erleben dürfen. Der 50-Jährige gilt unter anderem als heißer Kandidat bei Manchester United, jedoch ist Eric ten Haag bei den Red Devils aktuell noch an Bord. Beim FC Chelsea ist der Stuhl nach der Entlassung von Mauricio Pochettino hingegen schon jetzt frei. Laut Informationen von Sky ist nun Tuchel eine ganz konkrete Option auf den Trainerposten. Zwischen den Blues und Tuchel soll es demnach bereits lockere Gespräche gegeben haben und der Coach einer Rückkehr nach London nicht abgeneigt sein. Laut dem englischen Portal TalkSport träumt Tuchel entgegen dem Bericht von Sky zwar von einem Comeback, doch die Verantwortlichen des FC Chelsea sind nicht interessiert. Stattdessen sollen sie einen jüngeren Manager bevorzugen und haben den 38-jährigen Kieran McKenna von Ipswich Town als ihren Wunschkandidaten ausgemacht. Aufgrund widersprüchlicher Berichte ist es derzeit unmöglich zu sagen, wie positiv Tuchels Rückkehr zu den Blues ausfallen wird. Führig tendiert zu Bayern Wechsel Neben der Trainerfrage stellt sich beim FC Bayern auch die Frage nach dem angekündigten Kaderumbruch in der Sommertransferperiode. Flügelspieler Chris Führig vom VfB Stuttgart könnte ein Teil davon werden. Nach einer beeindruckenden Saison mit der Vizemeisterschaft, in der Führig maßgeblich zur starken Leistung des VfB Stuttgart beitrug, stehen die Zeichen auf Veränderung. Der deutsche Nationalspieler, der bisher neun Tore und sieben Assists in 38 Pflichtspielen verbuchen konnte, hat das Interesse mehrerer Top-Klubs auf sich gezogen. Trotz Angeboten aus England und vom diesjährigen Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund soll Führig zu einem Wechsel nach München tendieren. Laut Kicker könnte der Stuttgarter, dessen Vertrag bis 2028 läuft, im kommenden Transferfenster für eine festgeschriebene Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro zu haben sein. Damit wäre er für die Bayern ein relativ günstiger Neuzugang. Gerade in Anbetracht der ungewissen Zukunft von Serge Gnabry und Kingsley Coman könnte Führigs Wechsel nach München Sinn machen. Die ersten Gerüchte, dass der FC Bayern an dem 26-Jährigen interessiert sein könnte, tauchten Ende März auf. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 25 Millionen Euro geschätzt. In seiner Jugend spielte der Flügelspieler für Schalke, Bochum und Borussia Dortmund. Nachdem er in Dortmunds zweiter Mannschaft den Sprung zum Profi nicht geschafft hatte, wechselte er zum SC Paderborn in die zweite Liga. Hier schaffte er den Durchbruch und wechselte 2021 nach Stuttgart. Bayern will Geld verdienen. Zirkzee wird wahrscheinlich nicht zurückkommen. Das ehemalige Bayern-Talent Joshua Zirkzee hat in dieser Saison beim FC Bologna für Furore gesorgt. Der Niederländer verlässt den deutschen Rekordmeister im Jahr 2022, doch die Bayern-Bosse haben sich eine Rückkaufklausel gesichert. Doch trotz der beeindruckenden Leistungen des Stürmers scheint es unwahrscheinlich, dass er im nächsten Sommer zurückkehren wird. Nach Angaben von Sky ist eine Rückkehr von Zirkzee an die Säbener Straße unwahrscheinlich. Der Niederländer möchte lieber in der Serie A bleiben und den nächsten Schritt in Richtung eines Spitzenvereins machen. Derzeit gibt es konkrete Gespräche mit dem AC Mailand und Juventus Turin. Selbst wenn der 22-Jährige nicht zurückkehren sollte, würden die Bayern von Zirkzees Transfer im Sommer profitieren. Der Vertrag des Stürmers mit dem FC Bologna beinhaltet eine feste Ablösesumme von 40 Millionen Euro. Sollte der talentierte Stürmer nach zwei Leihgeschäften im Jahr 2022 ablösefrei wechseln, hat der Verein zudem eine 50-prozentige Ausstiegsklausel eingebaut. Das bedeutet, dass die Münchner nicht nur 20 Millionen Euro in diesem Sommer kassieren, sondern auch die gleiche Summe, wenn der 22-Jährige Bologna verlässt. Obwohl die Verantwortlichen in München die Situation von Zirkzee genau beobachten, ist es immer noch nicht möglich, Kane zu überwinden. Die Tore des Stürmers kann der deutsche Meister daher nicht realisieren. Zirkzee glänzte in seiner zweiten Saison bei Bologna und wurde zu einem der besten Offensivspieler der italienischen Liga. Kurz vor Ende der Saison führte der Niederländer seinen Verein zu einem überraschenden dritten Platz in der Liga und verhalf Bologna zur erstmaligen Qualifikation für die Champions League. Mit elf Toren in der Serie A in dieser Saison steht der 22-Jährige auf dem Radar der europäischen Spitzenklubs. Czupomoting verabschiedet sich emotional von den Bayern. Stürmer Erik Maxim Czupomoting hat sich in einer emotionalen Videobotschaft vom FC Bayern und seinen Fans verabschiedet. Nach vier Jahren verlässt der Spieler den deutschen Rekordmeister, eine Entscheidung, die nicht nur die Fans, sondern auch ihn selbst sichtlich berührt hat. In seiner Abschiedsbotschaft, die auf den sozialen Medien des FC Bayern geteilt wurde, nutzte Czupomoting die Gelegenheit, eine persönliche Verbindung zu den Fans und seiner Wahlheimat Bayern zu betonen. Erst einmal muss ich sagen, das Wort Servus habe ich wirklich in mein Herz geschlossen. Und das ist gar nicht so selbstverständlich für einen Hamburger Jung. Denn früher gab es für mich nur Moin, Moin. Seit seinem Abschied von Paris Saint-Germain im Jahr 2020 hat Czupomoting 122 Spiele für den FC Bayern bestritten, dabei 38 Tore erzielt und drei Titel, den deutschen Supercup und die FIFA-Club-Weltmeisterschaft gewonnen. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, sodass er im Sommer ablösefrei zu einem neuen Verein wechseln könnte.